hallo zusammen wir haben neuen ausstellungsständer für die cmt in stuttgart die jetzt ja eigentlich nicht stattfindet aber der war jetzt trotzdem unterwegs im auftrag dass wir den ausstellen können wir stellen den jetzt bei uns in die ausstellung ihr könnt uns besuchen ich mache euch einen link unten über google street view dass ihr da auch in den laden kommen können weiter ist bei uns auch ein laden ein lager shop geplant wir sind in der planungsphase das heißt ihr als endkunde habt zutritt zu unserem lager und zwar ein teil von unserem lager wird zum laden um funktioniert das heißt wir haben da produkte wie klemmen stecker kabel netzgeräte die wir thermostaten und so weiter die wir eigentlich bei uns im betrieb permanent einsetzen die wir permanent am lager haben und die wir eigentlich gar nicht verkaufen aber trotzdem haben wir immer wieder kunden sagen ja ihr habt doch das das müsst ihr in der produktion haben und so machen wir neu dann ein lager shop ja hier zu diesem messeständer die batterie box wir haben die zwei ladegeräte wir haben boxen anschlusskabel wir haben das kabel zum im autoladen wir haben das überbrückungskabel und wir haben die stecker wir haben natürlich auch die einzelnen batterien innen drin wir haben teilweise komponenten hier ist aber hier ist ein schuko stecker normalerweise haben wir hier ein schweizer stecker in der schweiz das für deutschland geplant ist war es natürlich ein deutscher stecker ich habe eine anfrage gekriegt ob ich den kleber der hier oben ist zur fügung stellen könnt das verlinke ich euch natürlich auch unten drin und sonst wir sehen uns nicht auf der messe ich hoffe ihr kommt wieder hierher wir haben auch weiter einmal im monat am samstagmorgen offen für die die das besser passt das seht ihr am besten bei uns auf der homepage wann dieser tag ist wird in der regel zwei wochen vorher publiziert teilweise dann noch der alte drin ja man kann nicht alles permanent halten so muss ich euch sagen ich wünsche euch eine gute zeit und einen schönen tag